Willkommen zurück bei Mirror's Edge. Ja, das letzte Mal war ja nicht ganz so erfolgreich, nachdem ich so ein paar mal runtergefallen bin. Schauen wir mal, dass es dieses Mal ein bisschen besser läuft. Ich sehe überall hochspannend. Laut Bauplan gibt es einen Elektrozaun. Ich brauche definitiv keine geschmorte Rannerin, also geh kein Risiko ein und schalt das Ding ab. Ja, das ist leichter gesagt als getan, aber kommst du hier rauf, fängst? Hier? Wandsprung? Äh, Ansprung? Ne, nicht ganz. Achso. Hier rauf? Hier rauf. Okay. Aber auch nicht weiter. Will ich jetzt echt einmal ganz nach außen rumlaufen? Das ist ja dumm. Ach, Gott. Oh, oh. Oh, oh, Gott. Ich habe uns schon wieder fallen sehen. So, aber was bringt es jetzt, wie ich das Ding hier ausstelle? Wenn ich sowieso schon rüber bin. Achso, ich muss da hoch. Okay, und dann jetzt hier hoch. Ah, dann macht es natürlich wieder Sinn. Ah, da ist die Tür. Ach, ich dachte eigentlich, sie holt sich. Hallo? Äh, Wand? Wand? Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Es ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Nach oben ist gut. Äh, komm, ich müsste nicht zwischendurch wieder rein. Äh, ich... Na, da vielleicht rauf? Da rauf? Vielleicht könnte ich hier... Ja! Huch! Hallo! Hallo! Hier geht's hoch. Hast du dich hoch? Genau! Oh, shit! Ja! Was macht ihr die Rattel da? Oh, shit! Hallo! Was macht ihr die Rattel da? Oh, shit! Ja! Was macht ihr die Rattel da? Was macht ihr da? Wo ist denn hier? Ah, da gibt's noch... Okay. Hier komm ich da jetzt zum Dümmsten. Ach so! Wapp! Äh, irgendwie nicht so. Komm ich da rauf? Wo komm ich rauf? Wo komm ich rauf? Wo komm ich rauf? Wapp aber! Hhh, handy! Jawoll, jawoll! JAAAH HA 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 х�!! Ich bin da rübergesprungen!! Das ist gut, ja! JAAA Nein, lass doch nicht los! Warum lässt sie denn los? Achso, ja. Da muss ich das machen. Okay. Achso, da war ne Leiter. Äh, nun? Ich bin ja schlank. Was mach ich jetzt das mit dir? Äh, ja. Nein, nicht festhalten. Äh, muss ich doch noch da? Irgendwas geschehen, nicht gemacht. Miller, shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Ropeburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mach mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Und was ist denn? Genau. Schrei doch nicht so. Nein. Ich hab so das Gefühl, das ist keine gute Idee, da hoch zu gehen. Ja! Hallo? 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 Hey! 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 Wie ist der denn drauf? Na komm, ich steh auf! Was? Nein! Ach, du Scheiße! Hau! Habt ihr dich verschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen. Niemand bedroht dich! Ah! Ach! Ah! Hey! Ja! Mir geht's gut! So, jetzt aber. Ich hab doch ein paar Mal auf Abfällen gedrückt! Habe ich jetzt echt den Knopf für Kontern vergessen? Moment, 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 Moment. Optionen. Steuerung. Aktionen. Angreifen. Aufheben. Fallen lassen. Äh. 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 Muss ich den ganzen neuen Klicks? Ah! Ist das schon ein bisschen leer? Hat er dich verschickt? Ihr könnt beide zur Helle gehen. Niemand vertraut sich. Naja, das ist mir jetzt mittlerweile schon. Hallo? Jetzt habe ich alle drei Knöpfe gewählt und das bringt nichts. Das ist ja echt praktisch. Hat er dich verschickt? Ihr könnt beide zur Helle gehen. Niemand vertraut sich. Komm schon. Komm schon. Steh wieder auf. 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 Hä? Ich bin auf die Seite gegangen. Hä? Äh, hallo? Was ist hier? Kontern. Hat er dich verschickt? Ihr könnt beide zur Helle gehen. Niemand vertraut sich. Ja, mir geht's gut. So, geht doch. Aua. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar. Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Kopf erledigt? Du? Nein, ich habe jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um zwei. Im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Fade. Wenn du mich links bist, du Matsch. Klar. Klar. Shit. Mark, hier schießt jemand. Ropan hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Alter, was ist denn da los? Aber zumindest haben wir endlich mal das Quicktime-Event geschafft. Eieiei. Da ist dich! Oh shit! Da muss ich hin, da muss ich hin. Hi! Ja! Ja, ich bin da zu Besuch, da. Wiedersehen. Soll ich dich hier hin? Ach, da hin! Woah! Au! Hallo? Hallo? Fuck! Ah! Halt die Tür auf! Checkknife hat wohl recht gehabt, das Rope-Burner hintersteckt. Ich frage dich wer dieser Profi ist. Ich versteig dein Signal, such du einen Weg. Genau. Ah! Soll ich hier... Äh, wo soll ich reinkommen? Wo soll ich reinkommen? Wo, 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 wo? Nein! Nee! Da hoch, das sollte ich doch hinkriegen. So. Wubtrap! Hä? Äh, nee! Ach so! Hä? Ach, da oben! Da oben! Da hoch und dann... Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. So, jetzt da mal... Kann ich mich da an den Löhren, man kann? Nee, das geht nicht. Ich muss nach der Rögel gehen. Wandsprung... Äh, Wandlauf macht er hier nicht. Au, was macht sie denn? Da! Was soll ich denn sein? Oh, komm! Kann ich hochklettern? Dann bin ich da drüben. Von da aus, da hin komme ich nicht. Ich muss auch nicht weg. Ha! Das ist jetzt echt gut. Auf, was ist das zweite Ruhm? Ach, da drüben würde ich auch mit dem ersten kommen. Na? Hallo? Ich kann hier hangeln. Da kann ich aber nicht hangeln. Das kann ja jetzt was geben. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Weil das kann jetzt etwas dauern. Weil das kann jetzt etwas dauern. Bis ich das drauf hab. Warum macht sie denn keinen Wandlauf? Eieiei. Achso, ich werde, so gut es geht, das Let's Play ungeschnitten lassen. Das war wirklich... ... 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 gar nichts mehr ach so ist das gedacht ja wenn es nur alles so einfach wäre nein zu wenig schwung ach so soll ich im wandlauf machen kommt auch noch keine da nein 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 ach komm schon rutsch die kopf schneiden wir den weg ab mach die kampf bereit nein die schneiden wir nicht den weg ab können wir doch fragen hallo hepp hepp und hepp hallo 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 ich hab Zeit dafür los jetzt drauf aua aua nein leute ach schau ha 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 ach du scheiße ok das erste hab ich ja gekonnt übersprungen doch ist das ти schaue da ist das da runter ha hallo au was? out of order over switch in office to janitor ok ok eeeh nehm ich da irgendwie lauf trap, trap äh und jetzt soll ich jetzt nicht lauf jawoll das war gekonnt ne dann wird das noch nicht äh wo ist er mit janitor 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 ist halt auch fast hier mal ja ich glaube dann beenden wir den part für heute und im nächsten part versuchen wir mal irgendwie hier rauf oder raus oder was auch immer zu kommen achso da oben gehts rauf ja äh ja wir beenden jetzt den part und sehen uns dann bald irgendwann wieder beim nächsten teil von miros edge vielen dank fürs zu schauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal